Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal der FEM. Unser erster Talk heute ist von Nex. Den kennt ihr wahrscheinlich schon als Herald. Er ist Student hier an der Universität und hatte ein ganz übliches Problem. Mitschriften von Hand geschrieben sind ein bisschen hässlich danach, aber direkt in Latex zu schreiben ist wahrscheinlich zu langsam, oder? Stellt sich raus, nein, das geht. Und wie genau, das erzählt uns jetzt. Es gibt danach noch ein Q&A. Um Fragen zu stellen, könnt ihr im HackintIRC unter Hashtag rc3-fem, im Rocket Chat unter FEM und im Feediverse oder auf Twitter unter rc3fem ohne Bindestrich Fragen stellen. For our English viewers, there will be a translation. To listen to that, select translated in the web player. Und jetzt viel Spaß mit dem Talk. Als ich damals als Erste an die Thierry Uimler gekommen bin, meinte eine Kommilitonin zu mir, dass man die Mathevorlesung nicht in Latex mitschreiben kann. Und während ich auch anfangs dem Rat befolgt habe und auf Papier mitgeschrieben habe, dachte ich mir irgendwann im Laufe des Semesters, Challenge accepted. Dann habe ich ein bisschen rumprobiert. Und heute zeige ich euch, wie ich es am Ende doch hingekriegt habe, meine Mathevorlesung in Latex mitzuschreiben. Ich bin Nex, ich studiere Informatik seit 2018 an der TU Ilmenau. Mit Latex arbeite ich mittlerweile seit der 12. Klasse. Kann auch mittlerweile von mir behaupten, relativ schnell tippen zu können. Das ist eine gute Voraussetzung, um mitschreiben zu können. Ich habe gerne meine Studiumsunterlagen digital, damit ich sie nicht in großen Ordner mit mir rumschleppen muss. Und habe 2018 und 2019 die Mathevorlesung live in Latex mitgeschrieben. Heute zeige ich euch, wie das Ganze geht. Dazu schauen wir einfach mal, warum man das vielleicht machen möchte, was vielleicht dagegen spricht. Wir schauen, was wir alles vorbereiten müssen, wie man am Ende sich live in der Vorlesung verhalten muss, was es vielleicht für unerwartete Situationen geben kann, wie man darauf reagieren muss. Und am Ende schauen wir noch kurz, wie das Ganze nachbereitet werden muss, damit man am Ende eine schöne Voraussungsmitschrift hat. Zunächst einmal die Frage, warum digital mitschreiben? Erster Grund, ich habe keine schöne Handschrift. Sie ist nicht sehr leserlich. Von daher, wenn ich digital mitschreibe, habe ich wenigstens ein Dokument, was man gut lesen kann und was man dann auch vielleicht mal anderen geben kann, die vielleicht mal eine Vorlesung verpasst haben, weil sie krank waren. Korrekturen sind natürlich dann ganz einfach möglich. Es kommt ja nicht selten vor, dass ein Tafelbild auch mal zwischendurch wieder korrigiert werden muss. Wenn der Dozent die Dozentin dann doch einen Fehler entdeckt hat und dann mal die halbe Tafel nochmal abwischt und neu schreibt, das geht dann natürlich in LaTeX sehr leicht zu korrigieren. Auf dem Papier müsste ich ganz viel durchstreichen. Ich habe natürlich keine Zettelwirtschaft. Das liegt alles bei mir auf der Festplatte. Und ich kann natürlich sehr gut mit STRG-F und einem Stichwortverzeichnis das Ganze durchsuchen. Das ist dann auch ganz praktisch, wenn man zum Beispiel eine Prüfung hat, bei der man Hilfsmittel benutzen darf. Dann kann man mit so einer digitalen LaTeX-Mitschrift auch sehr gut arbeiten und auch ganz schnell Definitionen und Sätze, die man vielleicht benötigt, nochmal nachschlagen. Und natürlich am Ende, das Skript sieht sehr gut aus und man muss dafür nicht viel investieren. Jetzt aber, warum ausgerechnet LaTeX? Es gibt ja durchaus einiges, was dagegen spricht. Als erstes natürlich, Backslash brauchen wir in LaTeX sehr oft. Genauer gesagt, für jeden Befehl, für jede Umgebung brauchen wir das Backslash. Es ist auf einer Querztastatur nicht sehr gut zu erreichen. Es ist auf dem englischen Layout auch nicht sehr gut zu erreichen, wenn auch ein kleines bisschen besser. Wir brauchen es trotzdem ständig. Das ist auf Dauer vielleicht ein bisschen unangenehm. Und natürlich, wir arbeiten mit Sourcecode. Der ist bei Weitem nicht so schön lesbar, wie wenn wir jetzt beispielsweise einen Rezivik-Editor wie LibreOffice Writer benutzen würden. Und wir müssen das Dokument natürlich auch während der Vorlesung immer wieder bauen, um zu sehen, welches Ergebnis wir im Moment haben, ob wir nicht vielleicht doch irgendwelche Fehler in einer Formel eingebaut haben. Weil gerade bei mathematischen Formeln ist es sehr schwer anhand des Sourcecodes direkt zu erkennen, ob man nicht vielleicht doch eine geschweifte Klammer, ein Zeichen zu weit rechts gemacht hat oder zu weit links, ob nicht vielleicht irgendwo noch eine Klammer fehlt. Es ist im Sourcecode sehr schwer zu erkennen. Man muss einfach sehr oft bauen, um das sehen zu können. Ja, und natürlich, kleine Tippfehler, eine vergessene geschweifte Klammer und der LaTeX-Compiler wird sich sofort beschweren und das zu finden ist manchmal echt schwierig. Das kann durchaus problematisch sein während der Vorlesung. Da bleibt einem manchmal wirklich nichts anderes übrig, als die betroffene Stelle auszukommentieren und dann in der Nachbereitung später den Fehler dann zu suchen, in Ruhe und dann zu beheben. Nun jetzt noch, was spricht dafür, in LaTeX mitzuschreiben? Natürlich als allererstes der ausgereifte mathematische Zeichensatz. Es wurde von einem Mathematiker entwickelt für mathematische Paper. Es hat Unterstützung für verschiedenste Sonderzeichen. Wir können uns natürlich auch selbst eigene Makros definieren, um verschiedene Operatoren, die es vielleicht standardmäßig nicht gibt oder irgendwelche Kürzel für bestehende Sachen, nochmal aufzuschreiben, damit wir einfach diese schnell benutzen können, damit wir nicht haufenweise Abstände und Oversets nochmal direkt in den Vorlesungscode mit reinschreiben müssen. Das können wir so sehr gut einfach separat aufschreiben und auch später nochmal, wenn wir glauben, dass das jetzt nochmal anders aussehen soll, nochmal umdekinieren. Natürlich, wir müssen auch nicht mit der Maus klicken. Wir können die ganze Zeit, wenn wir in der Vorlesung mitschreiben, auf der Tastatur bleiben. Wir müssen nicht ständig hin und her wechseln zwischen Tastatur und Maus. Das ist ideal für Power User, also zum Beispiel auch für mich. Und natürlich, der wichtigste Grund, wieso wir Ladrig benutzen wollen, ich hatte Bock drauf. Und das war auch kein anderer Grund, wieso ich es gemacht habe. Nun zur Vorbereitung. Wir können nicht unvorbereitet in die Vorlesung reingehen. Dafür ist einfach nicht genug Zeit während der Vorlesung. Das heißt, wir benötigen natürlich erst mal Texteditor, PDF-Viewer. Das sollte soweit klar sein. Der Editor hat dann offensichtlich optimalerweise noch Syntax-Highlighting und eine Möglichkeit, direkt mit einer Tastenkombination das PDF zu bauen. Praktischerweise sollte er vielleicht auch noch die Unterstützung für Makros haben, dass wir ganz schnell häufig benutzte Umgebungen einbauen können. Und der PDF-Viewer, da empfehle ich zum Beispiel KDE Okular, der sollte einfach die Möglichkeit haben, dass man das PDF automatisch neu lädt, wenn es neu gebaut wurde, sodass man nicht erst immer in den PDF-Viewer reinwechseln muss, um das neue Ergebnis sehen zu können, sondern dass man den PDF-Viewer zum Beispiel einfach direkt neben dem Texteditor liegen lassen kann und dann sieht man immer sofort, wenn es sich neue Änderungen ergeben haben. Manche Tech-Editoren haben sowas auch direkt schon integriert. Die können dann auch direkt miteinander, miteinander, nebeneinander den Source-Code mit dem PDF synchronisieren, sodass man immer die Zeile, die aktuell im Source-Code ausgewählt ist mit dem Cursor, dass die auch im PDF sichtbar ist. Das geht dann mit dem Mechanismus namens Sync-Tech. Aber was wir natürlich auch noch brauchen, LaTeX, sprich irgendeine Tech-Distribution. Ich empfehle an der Stelle zum Beispiel Tech-Live für Linux. Unter Windows ist Mic-Tech sehr beliebt und ansonsten gibt es zum Beispiel auch noch Mac-Tech. Grundsätzlich tut es auch jede größere Tech-Distribution. Die haben eigentlich alle die gleichen Pakete. Meistens unterscheiden sie sich ein bisschen in den Tools, die mitgeliefert werden. Aber das, was man für die normale Mitschrift braucht, ist eigentlich immer dabei. Und zu guter Letzt müssen wir natürlich noch ein paar Kürzel und Befehle vorfertigen, um unseren Workflow ein bisschen zu beschleunigen, um die ganzen Textelemente, die wir haben, schön aussehen lassen zu können, damit wir nicht mitten in der Vorlesung noch sagen müssen, füge hier bitte diesen Abstand ein. Das sollte alles am besten vorbereitet werden. Genau. Zur Editor-Einrichtung ist eigentlich, je nachdem, welchen Editor man hat, immer unterschiedlich. Man sollte aufpassen, dass man möglichst mit einer kurzen Tastenkombination oder mit einer kurzen Tastenfolge schnell das Dokument bauen kann. Das geht eigentlich bei jedem modernen Texteditor ohne Probleme. Bei Vim kann man sich einfach eine Tastenkombination hin definieren. Bei Editoren wie Atom oder VS Code gibt es beispielsweise auch schon fertige Buttons, um das Ganze zu bauen. Aber grundsätzlich, man kann natürlich auch einfach ein Terminal aufmachen und dann immer, wenn man das Dokument baut, schnell kurz Make ausführen. Deswegen mache ich das auch gerne so, dass ich mir ein Make-File neben die Tech-Datei lege. Dort lege ich einmal alle Bildanweisungen fest, die ich so brauche. Falls ich vielleicht noch zusätzliche Tools ausführen muss, um Bilder zu generieren, kann ich das da drin auch direkt festlegen. Und dann sage ich einfach nur noch meinem Editor, dass er auf einem bestimmten Hotkey dann Make ausführen soll. Und am Ende brauche ich nur noch ein paar Tastatur-Makros, um vielleicht häufig benutzte Umgebungen wie zum Beispiel Definitionen, Sätze, Listen, Aufzählungen nochmal dann ganz schnell einfügen zu können, ohne die ständig Hände schreiben zu müssen, denn die brauchen wir schließlich sehr oft. Ja, dann müssen wir noch Klassen und Pakete vorfertigen. Wie gesagt, das Ziel ist, dass wir auch, dass wir das Design über mehrere Vorlesungen hinweg einheitlich halten. Wir möchten nicht ständig die ganzen Sachen kopieren, das heißt, es soll wiederverwendbar sein. Wir möchten vor allem auch das Design und den Inhalt voneinander trennen. Sprich, wir möchten dann auch zwei getrennte Dateien haben. Eine, wo wirklich nur der Vorlesungsinhalt enthalten ist und eine andere Datei, wo nur das Design festgelegt wird. Das erreicht man in LaTeX mit Klassen und selbstgeschriebenen Paketen. Wie man das genau macht, an sich ist es ganz ähnlich wie ganz normale Dokumentpräambeln, die man von normalen LaTeX-Dokumenten kennt. Ein paar Details unterscheiden sich dann noch. Das heißt, man muss ein bisschen festlegen, wie die Klasse das Dokument heißt, welche Tech-Version man benötigt. So was ist immer nochmal wichtig, aber die genauen Details stehen auf CETAN, im CES-Guide. Kann man da einfach nachschlagen. Ist nicht so viel, wie sich das von einer normalen Dokumentpräambel unterscheidet. Zunächst erstmal, was kommt denn im Paketsatz? Allgemein erstmal alles, was von mehreren Klassen benötigt werden könnte. Also zum Beispiel so die Standardpakete, die man eigentlich in jedem LaTeX-Dokument hat, wie zum Beispiel Babel, Input-Enc und Font-Enc. Natürlich die mathematischen Pakete, wie beispielsweise AMS-Math, AMS-THM, Math-Tools. Im Prinzip mache ich es gerne so, dass ich alle AMS-Pakete, die ich so potenziell gebrauchen könnte, direkt erstmal in einem Paket zusammen inkludiere. Damit habe ich schon mal sichergestellt, dass alle Symbole, die ich eventuell während der Veranstaltung gebrauchen könnte, schon da habe, dass ich nicht mitten in der Veranstaltung mit einem Befehl nicht gefunden Problem dann irgendwie überrascht werde, sondern ich weiß dann, okay, entweder ich habe das Symbol, es existiert. Wenn es nicht existiert, dann liegt es auf jeden Fall nicht an dem fehlenden Paket. Dann muss ich es mir selbst definieren. Für Zeichnungen und Plotting wird gerne TIX benutzt oder PGF und für die Plots gerne dann noch das Zusatzpaket PGF-Plots, wobei man das in der Regel nicht live während der Vorlesung hinkriegt. Für vorgefertigte Befehle und Umgebungen müssen wir dann für die verschiedenen Textelemente noch Sachen selbst definieren. Das werden wir dann auch gleich im Anschluss noch machen. Da sind zum Beispiel Beispiele, was man da machen müsste. Definitionen, Sätze, Beweise. Das sind so die Klassiker, die man in der Mathevorlesung schon sehr häufig braucht und wo es sich auch anbietet, diese nochmal separat im Text auszuzeichnen, damit die besser erkennbar sind. Bemerkungen werden auch gerne mal benutzt und natürlich Abbildung, Tabellen. Die sind immer sehr gerne in Verwendung. Ja, in den Klassensatz kommen in der Regel die Sachen rein, die wirklich nur für einen speziellen Dokumenttypen relevant sind. Also sprich, ich mache mir eine Klasse für eine Vorlesung und dann kommen da auch wirklich nur die Sachen rein, die ich speziell brauche, um dann ein Dokument für eine Vorlesung anzufertigen. Das sind zum Beispiel erstmal die ganzen Pakete, die ich benötige für die Vorlesung. Also erstmal mein eigener Paketsatz. Eventuell, wenn ich noch ein Stichwortverzeichnis anlegen will, brauche ich zum Beispiel das Paket iMac IDX oder für Kopf- und Fußzeile noch SCR-Layer SCR-Page. Und um Bookmarks, Verlinkungen oder auch PDF-Metadaten zu machen, benutze ich dann zusätzlich noch HyperRef. Das hat auch noch das kleine Problem, dass das sowieso immer als letztes Paket eingebunden werden muss. Von daher bietet es sich nicht an, dieses Paket in einem anderen Paket schon einzubinden, sondern immer ganz zum Schluss in einer Klasse dann oder halt in der Dokumentpräambel. Ja, auch hier brauchen wir eventuell nochmal vorgefertigte Befehle und Umgebung für Textelemente, die dann zum Beispiel nur in der Vorlesung vorkommen. Das könnte zum Beispiel sein, um ein bestimmtes Verzeichnis zu erstellen, vielleicht nur für das Deckblatt nochmal einen extra Befehl, der das dann erzeugt oder auch immer ich dann die Inhaltsverzeichnisse oder Abbildungsverzeichnisse auflisten möchte, möchte ich das Ganze jeweils dann nochmal in einem Befehl verpacken, um das dann später strukturiert dann einfügen zu können. Was sich dabei auch anbietet für Dokumentkopf und Dokumentfuß, dass man die dann nochmal in einer separaten Umgebung verpackt, sodass dann am Ende in dem eigentlichen Latex-Dokument, wo dann die Vorlesungsmitschrift angefertigt wird, man wirklich nur noch diese eine Vorlesungsumgebung aufmachen muss und dann werden automatisch vor dem Inhalt einmal die Anfangsseiten, also sprich, Titelblatt, Inhaltsverzeichnis etc. eingefügt und am Ende vom Dokument wird dann automatisch das Stichwortverzeichnis angefügt. Genau, ansonsten müssen nur noch allgemeine Einstellungen vorgenommen werden, sprich, welche Elternklasse wir haben wollen. Für Vorlesung bietet sich da zum Beispiel die Comascript-Klasse SCR-Report an oder für kleinere Sachen wie Übungsblätter könnte man zum Beispiel SCR-Artikel benutzen. Also je nachdem, das ist einfach dem Geschmack des Autos überlassen. Für die Schriftgröße oder andere Einstellungen, die man dann noch vornehmen möchte, kann man dann den Befehl Coma-Options benutzen. Wie genau man das da macht, sollte man am besten dann in der Dokumentation von Comascript nachschauen. Da steht eigentlich alles sehr gut erklärt. Für das Design der Kopf- und Fußzeilen, habe ich schon gesagt, benutze ich gerne SCR-Layer SCR-Page. Das ist eine Weiterentwicklung von SCR-Page 2 und damit können wir dann das Design der Kopf- und Fußzeilen festlegen. Da habe ich dann auch gleich noch ein kleines Beispiel. Für die Verzeichnisse muss man eventuell auch noch Einstellungen vornehmen, zum Beispiel für das Stichwortverzeichnis. Und PDF-Metadaten müssen wir natürlich auch noch mal separat festlegen. Das machen wir, wie gesagt, mit HyperRef. Hier noch mal das kleine Beispiel. Also hier einmal für die Festlegung der Kopfzeilen und der Fußzeilen. Hier mache ich ganz ohne Fußzeilen. Und stattdessen packe ich die Seitennummer immer an den Rand in der Kopfzeile. Und in die innere Hälfte von der Kopfzeile mache ich jeweils die Überschrift, wo wir uns aktuell befinden, so dass man auch immer auf der Seite eine gute Übersicht hat, in welchem Abschnitt man sich gerade befindet in der Vorlesung. Ich konfiguriere im zweiten Abschnitt hier auf dem Beispiel noch das Stichwortverzeichnis. Und zwar möchte ich das in dem Fall zweispaltig haben mit einem kleinen Titel und noch einer Trennlinie zwischendurch, so dass man dann gut sehen kann, wo genau jetzt die Stichwörter zusammengehören. Und am Ende noch einen kleinen Befehl, wie ich dann das Stichwortverzeichnis am Ende ausgeben will. Da möchte ich nämlich zum Beispiel noch sicherstellen, dass das Ganze immer auf einer rechten Seite startet. Und dafür brauche ich dann den Befehl Clear Double Page. Um das sicherzustellen, mache ich mir hier nochmal einen separaten Befehl, der genau das ausführt. Erstmal Clear Double Page und dann einfach das Stichwortverzeichnis ausgibt. Und zu guter Letzt setze ich noch den PDF-Titel und den PDF-Autor dann einfach auf den Dokumenttitel und den Dokumentautor. Ja, am Ende, wenn man das zusammen hat, sollte die Präambel sehr einfach aussehen im Dokument. Da sollte dann nur noch vorkommen, welche Klasse man benötigt, sprich zum Beispiel Vorlesung, Übung, Hausaufgabe, welchen Titel die Veranstaltung hat, von wem sie ist. Eventuell, wenn man jetzt ein Übungsblatt oder ein Hausaufgabenblatt hat, welche Nummer das hat. Vielleicht, wenn man ein Protokoll anfertigt, noch die Matrikelnummer dazu, falls man das irgendwie abgeben muss. Das kann man jetzt alles dann noch in der Präambel festlegen. Was anderes sollte in der Präambel aber nicht mehr drinstehen. Und am Ende kann dann so ein Minimalbeispiel so einfach aussehen. Hier sehen wir, dass dann einfach nur noch die Dokumentklasse Vorlesung in dem Fall geladen wird. Wir setzen einmal kurz den Titel und den Autor. Und am Ende gibt es dann nur noch die Dokumentumgebung, wo dann unser Inhalt reinkommt. Und da drin ist nochmal kurz die Umgebung Vorlesung. Habe ich vorhin schon gesagt, kann man nochmal definieren, um dann ganz automatisch erstmal den Dokumentkopf und den Dokumentfuß einzufügen, sodass man dann innen drinne wirklich nur noch die Vorlesungsmitschrift einfügen muss. Genau, fehlen jetzt nur noch die vorgefertigten Befehle und Umgebung. Da brauchen wir unter anderem Sachen für einzelne Textelemente, wie Definitionen, Sätze, Beweise. Eventuell möchte man da auch gleich sicherstellen, dass Sachen ins Stichwortverzeichnis eingetragen werden. Vielleicht benötigt man noch spezielle Symbole, die man in der Vorlesung benutzen will. Was passiert sehr häufig, dass man vor der Vorlesung nicht weiß, welche das sind. Also man muss vielleicht darauf gefasst sein, dass man diese dann live nochmal definieren muss. Da wären so Beispiele aus meinem Studium, zum Beispiel der Grad oder die Potenzmenge, ein Supremum, Infimum oder auch ein spezielles Symbol, um den Widerspruch anzuzeigen. Oder auch zum Beispiel ein Symbol, um nochmal kleine Häkchen zu setzen innerhalb eines Beweises, wenn man Teile des Beweises schon gezeigt hat. Solche Sachen eignen sich nochmal als separates Makro definiert zu werden. Und natürlich für komplexere Konstrukte, wie zum Beispiel Integrale oder Vektoren, bietet es sich auch nochmal an, Kürzel zu schreiben, indem man genau festlegt, wie das Ganze aussehen soll, welche Abstände nochmal eingefügt werden sollen, ob man vielleicht zum Beispiel so Sachen wie Differenzialoperatoren nochmal anders formatieren möchte. Genau, zum Beispiel für solche Umgebungen habe ich hier mal die Definitionsumgebung, die ich gerne benutze. Das Ganze mache ich mit AMS-THM. Dort erzeuge ich mir eine neue Theorem-Umgebung mit dem Namen VL-Definition. Das Ganze wird auch nummeriert und dabei wird das Ganze immer resettet, wenn ich in einem neuen Kapitel bin. So weiß ich dann auch immer, wie viel der Definition innerhalb des entsprechenden Kapitels ich gerade habe. Und ich definiere mir nochmal ein extra Makro, mit dem ich festlege, wie der Name von der Sache, die ich jetzt definiere, dann formatiert werden soll. Ich möchte das zum Beispiel hier im Fettdruck haben und dann, um das Ganze nochmal separat vom Text abzusetzen, definiere ich mir hier nochmal eine separate Umgebung. Die habe ich Definition genannt, damit es einfach merkbar ist, in der ich dann einfach nochmal ein bisschen Abstand davor und dahinter einfüge, in drinnen das Ganze zentriere und das Ganze dann noch ein kleines bisschen kleiner mache, sodass es wirklich sich gut von dem normalen Text abhebt, sodass man leicht erkennen kann, dass es sich um eine Definition handelt. Ähnlich kann man das hier für Beweise machen. Die hatte ich jetzt nach meinem Geschmack so haben wollen, dass ich die mehr im Text habe. Das heißt, die sind nicht nochmal extra abgesetzt. Aber auch hier habe ich noch meine eigene Umgebung. Ich möchte nämlich zum Beispiel sicherstellen, dass das QED-Symbol am Ende jedes Beweises auch wirklich angefügt wird. Und das mache ich hier mit Push-QED und Pop-QED. Und zusätzlich mache ich noch als kleine Sicherheit, dass ich mir das QED-Symbol umdefiniere, sodass ich, wenn ich innerhalb dieser Beweisumgebung das QED-Symbol aus Versehen doppelt benutze, dass das keine Konsequenzen hat, sondern dass das einfach ignoriert wird. Zu guter Letzt noch ein paar mathematische Symbole, die man vielleicht benutzen könnte. Was ich hier sehr häufig benutzen musste, war zum Beispiel ohne Beschränkung der Allgemeinheit, was einfach nur vier Buchstaben hintereinander sind. Die habe ich hier dann gleich mit den entsprechenden Abständen, wie es typografisch korrekt ist, einmal formatiert und dann auch gleich als Fließtext angezeigt, sodass es dann auch im Mathe-Modus nicht so dargestellt wird, als seien es irgendwelche Variablen. Dann, was ich auch sehr gerne benutze, ist der Differenzialoperator, aber nicht inkursiv. Das ist einfach mein persönlicher Geschmack. Und natürlich auch hier einmal noch die Formatierung für das Integral, denn da möchte ich zum Beispiel einen kleinen Abstand haben zwischen der eigentlichen Formel und dem DX beispielsweise. Es gibt dann auch hier noch ein paar andere Beispiele, zum Beispiel für die Euler'sche Zahl E, die möchte ich auch nochmal anders dargestellt haben. Wie genau man das so persönlich haben möchte, das ist im Prinzip jedem selbst überlassen. Da muss man einfach schauen, welchen Geschmack man da hat. Das, was ich hier angegeben habe, ist einfach so, wie es zum Beispiel nach meinem Geschmack ist, wie ich es auch in meinen Vorlesungsmitschriften gemacht habe. Ja, und damit sind wir auch schon beim Live-Teil. Während der Vorlesung sollte man natürlich ein paar Sachen offen haben, unter anderem den Texteditor der Wahl mit dem LaTeX-Dokument und auch ganz wichtig, mindestens ein selbstgeschriebenes Paket. Denn es kann, wie gesagt, sein, dass man während der Vorlesung auch nochmal schnell Symbole neu definieren muss oder dass man sich Platzhalter erstellen muss. Da muss man ganz schnell in das Paket hinein wechseln können, um dann auch ganz schnell dort Sachen definieren zu können. Ansonsten bietet es sich natürlich an, das LaTeX-Log offen zu haben. Das mache ich in Vim gerne mit Sets Autoread und Read-Only, dass ich da nicht aus Versehen drin rumschreiben kann und dass auch automatisch die Datei aktualisiert wird, wenn sie sich ändert im Editor. Und da kann ich dann ganz leicht nachlesen, wenn irgendwelche Probleme auftreten, wo es potenziell dran gelegen haben könnte. Und natürlich brauche ich jetzt dann noch meinen PDF-Viewer. Wie gesagt, der sollte sich automatisch aktualisieren, wenn sich das PDF ändert. Dort sollte dann also das erzeugte Dokument angezeigt werden, sodass ich immer sehe, was das aktuelle Ergebnis ist, dass ich schnell eine mathematische Formel korrigieren kann, wenn irgendwo zum Beispiel eine Klammer falsch gesetzt ist. Und zu guter Letzt natürlich Dokumentation zu LaTeX-Befehlen und Symbolen. Es ist nicht möglich, dass man von Anfang an alle Symbolnamen auswendig kennt, außer man hat vielleicht ein fotografisches Gedächtnis. Ich empfehle dabei die Dokumentation auf Wikibooks. Da gibt es eine sehr schöne Übersichtstabelle über häufig benutzte mathematische Operatoren und wie ihre entsprechenden LaTeX-Befehle sind. Da gibt es auch noch mal Bezeichner zum griechischen Alphabet, wie die einzelnen Buchstaben heißen. Und da gibt es auch unterschiedliche Variationen von manchen Buchstaben. Und da wird auch noch mal angezeigt, wie sie aussehen. Es gibt auch noch mal kleinere Anleitungen, wie man manche Teile vom mathematischen Satz richtig benutzt. Ja, zum mathematischen Satz. Da gibt es auch wieder verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Zum Ersten natürlich möchte man vielleicht mitten im Fließtext Variablen noch mal entsprechend auszeichnen oder Funktionsnamen. Das heißt, wir brauchen Inline-mathematischen Satz. Den nenne ich immer gerne Inline-Matte. Und wird in LaTeX modernerweise immer mit Backslash-Runde-Klammer-auf und Backslash-Runde-Klammer-zu eingegrenzt. Hat einfach den Effekt, dass alles, was innerhalb dieses Bereichs ist, dann mathematisch gesetzt wird in einer etwas kompakteren Variante, sodass man dann auch nicht größer wird, als die Zeile normalerweise hoch ist. Und so integriert sich das dann relativ gut in normalen Fließtext und eignet sich, wie gesagt, vor allem für Sachen wie Variablen, Funktionsnamen oder ganz kleine Terme. Die kann man auch damit noch setzen. Ja, wenn man größere Ausdrücke hat, dann möchte man das eher abgesetzt darstellen. Dafür gibt es dann standardmäßig Backslash-Eckige-Klammer-auf und Backslash-Eckige-Klammer-zu. Alles, was darin enthalten ist, wird dann nochmal abgesetzt dargestellt. Sprich, das ist nicht in der Zeile im Fließtext, sondern es wird vertikal nochmal ein bisschen nach unten verschoben. Es wird dann zentriert, sodass man am Ende auch nochmal mit größeren Symbolen arbeiten kann. Es eignet sich beispielsweise auch für größere Gleichungen, zum Beispiel, wenn Integralsymbole enthalten sind oder zum Beispiel auch für ein Limes, wo nochmal unterhalb vom eigentlichen Wort die Beschreibung enthalten ist, in welche Richtung dieser Limes halt sich bewegt. Und dafür eignet sich, wie gesagt, dieser abgesetzte Satz. Es gibt auch noch Umgebungen für Gleichungsfolgen. Dann hier als Beispiel die Line-Umgebung. Dort kann man dann an einem festgelegten Symbol, das ist hier das Kaufmännische und, wie man es auch schon aus Tabellen bei Latich kennt, festgelegt, welche Stelle benutzt wird, um die Gleichungen untereinander auszurichten. Das heißt, das habe ich hier in diesem Beispiel anhand des Istgleichs gemacht. Und das hat einfach den Effekt, dass hier immer an den Stellen, wo das Istgleich ist, die ganzen Sachen vertikal ausgerichtet werden. Und so sind alle Istgleichs genau untereinander. Eignet sich zum Beispiel, wenn man längere Beweise führt, wo man ganz viele Folgen von Istgleichs hat, wo man immer wieder den gleichen Termen umformt, kann man die schön untereinander schreiben und dann sind alle aneinander ausgerichtet. Das Ganze wird natürlich wieder abgesetzt und dann nochmal vertikal zentriert. Und was hier auch noch besonders ist, es gibt zusätzlich noch am rechten Rand eine Gleichungsnummerierung. Man kann auch umstellen, dass sie woanders angezeigt wird. Wenn man sie nicht haben möchte, gibt es auch nochmal die Variante Align-Stern. Dann ist das Ganze einfach ohne Gleichungsnummerierung. Man kann das Ganze auch, wie hier gezeigt, mehrspaltig machen. Falls man zum Beispiel ähnliche Gleichungen direkt nebeneinander führen möchte, wie hier zum Beispiel das demorgensche Gesetz für Mengen, dann kann man einfach ein weiteres kaufmännisches Und benutzen, um eine neue Spalte zu beginnen. Das habe ich jetzt hier immer so gemacht, dass eine Zeile im Sourcecode immer zu einer Spalte passt. Und dann habe ich jetzt hier immer diese sehr ähnlichen Texte untereinander geschrieben und immer je nachdem, ob ich gerade in die nächste Spalte wechseln möchte oder in die nächste Zeile jeweils entweder das kaufmännische Und oder das doppelte Backslash. Und natürlich, die jeweils anderen Und-Zeichen werden dann wieder benutzt, um dann die vertikale Ausrichtung vorzunehmen. So, es kann wie gesagt während der Vorlesung vorkommen, dass man nochmal besondere Symbole einfügen möchte, die vorher noch nicht bekannt sind. Da muss man dann schnell reagieren, zum Beispiel mit der Dokumentation auf Wikibooks, wie ich schon gesagt habe. Muss man einfach mal nachschlagen. Es gibt auch noch andere Symbol-Tabellen, die man dafür benutzen kann. Es gibt da zum Teil in der offiziellen Paketdokumentation natürlich vollständige Tabellen, in denen alles enthalten ist. Wenn man da nicht ganz schnell das Symbol findet, dann sollte man sich aber lieber einen Platzhalter definieren oder zumindest in den Code einfügen und dann später in der Nachbereitung korrigieren. Ja, bei Zeichnungen kann ich nicht allzu viel sagen, außer viel Glück. Die meisten Zeichnungen sind zu komplex, als dass man sie während der Vorlesung machen kann. Für einfache Funktionsplots kann man zwar mit PGF-Plots sehr schnell Sachen malen oder vielleicht auch einfache, kleinere Skizzen mit Ticks anfertigen, aber komplexere Zeichnungen, wie zum Beispiel diese hier, lassen sich nicht ohne weiteres in kürzester Zeit in einer Vorlesung direkt mit Ticks zeichnen. Es hat einfach das Problem, dass Ticks mit Koordinaten arbeitet, während natürlich die Dozenten vorne an der Vorlesungstafel natürlich nur Skizzen malen. Und es ist schwierig, das direkt aus dem Kopf so hinzumalen, dass es dann direkt auch schön aussieht. Und man verbringt einfach zu viel Zeit damit, am Ende die ganzen Sachen schön fein granular auszurichten, sodass man am Ende in der Vorlesung abgehängt wird. Kann natürlich auch sein, dass man keine Lust hat auf selbst zeichnen. Ladech kann natürlich auch diverse Bildformate einbinden. Das heißt, da bieten sich so Programme an, wie XFig oder Gimp oder natürlich auch Inkscape, wenn man gerne SVG-Zeichnungen machen möchte. Bei SVG-Zeichnungen hat man natürlich noch das Problem, die benötigen zusätzlich noch das SVG-Paket. Und da Ladech die SVGs nicht direkt benutzen kann, müssen diese erst noch extern gerendert werden. Und dafür muss Inkscape auch installiert sein. Und man muss Ladech dann noch beibringen, dass es auch externe Befehle ausführen soll. Es ist also, wenn man mit fremden PDF, mit fremden Ladech-Dokumenten arbeitet, natürlich auch ein gewisses Sicherheitsrisiko, weil dann kann das Ladech-Dokument beliebige Befehle auf dem eigenen Computer ausführen. Falls man natürlich nicht selbst zeichnen will, bieten sich natürlich diverse CC-lizenzierte Quellen an, wie zum Beispiel Wikipedia. Da gibt es auch sehr viele gut gezeichnete SVGs und Bilder, die man einfach benutzen kann, wenn man die entsprechende Quellenangabe mit in die Vorlesungsaufzeichnung mit einfügt. Und damit hat man im Prinzip schon alles, was man benötigt, um so eine Vorlesung live in Ladech mitschreiben zu können. Letzten Endes muss man das Ganze nur noch nachbereiten. Das heißt, wir nehmen einmal die ganzen To-Dos, die sich so während der Vorlesung entgegeben haben, müssen die zum Beispiel jetzt noch neue Symbole korrigieren, die wir vorher noch nicht hatten. Das heißt, wenn wir Platzhalter hatten, müssen wir die jetzt durch die passenden Symbole ersetzen, die wir vorher noch recherchieren. Eventuell, wenn wir noch eigene Symbole definieren müssen und jetzt einfügen müssen, dann ist jetzt die Zeit. Falls wir noch Zeichnungen offen haben, die wir vorher nur auf Papier skizziert haben, dann können wir die jetzt in der Nachbereitung noch einfügen und dort dann in Ruhe zeichnen. Und natürlich, falls während der Vorlesung irgendwelche Bildprobleme aufgetreten sind, die wir nicht live beheben konnten, müssen die natürlich auch noch korrigiert werden. Für die To-Dos kann man natürlich die klassischen To-Do-Kommentare im Latif-Code benutzen, aber es gibt auch noch das Paket To-Do-Notes. Das bietet verschiedenste Möglichkeiten, auch nochmal diese To-Dos hervorzuheben. Die werden dann ins PDF mit reingerendert, als kleine Randnotiz, werden auch schön farbig markiert. Man kann sich am Ende auch ein schönes Verzeichnis ausgeben lassen, auf welchen Seiten noch welche To-Dos existieren. Und man kann sie auch natürlich in einer finalen Version ausblenden lassen. Und damit hat man eigentlich schon alle Werkzeuge zusammen, mit denen man eine Vorlesung in LaTeX mitschreiben kann. Wie genau am Ende das Dokument aussieht, ist wie gesagt immer dem eigenen Geschmack überlassen. Da muss man einfach selbst ausprobieren, was einem am besten gefällt und hoffen, dass man auch schnell genug schreiben kann. Damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Erfolg bei der Vorlesungsmitschrift. Ja, hallo zurück und vielen Dank für den schönen Talknecks. Ich bin mir sicher, deine Kommilitonen freuen sich über deine Mitschriften. Genau, es gibt jetzt noch ein kurzes Q&A. Da kurze Erinnerungen im IRC unter RC3-FEM, im Rocket Chat unter FEM und im Phili-Verse und auf Twitter unter RC3-FEM ohne Minus. Könnt ihr noch Fragen stellen. Und dann fangen wir jetzt auch gleich mal an mit dem Q&A. Und zwar, gleich ganz am Anfang hat jemand gefragt, was sind eigentlich Oversets? Ja, also ich hatte es zum Beispiel sehr oft in der Vorlesung, dass gerade bei Beweisführung auch nochmal Verweise gemacht wurden, zum Beispiel auf vorangegangene Gleichungen oder auch natürlich auf Definitionen. Und die wurden dann sehr gerne mal über Implikationsfälle zum Beispiel geschrieben oder auch gerne mal über Gleichheitszeichen. Dafür gibt es diesen Befehl Overset. Da kann man dann quasi einfach das Symbol eingeben, was an der Stelle stehen soll und dann halt noch ein weiteres Symbol oder generell Text angeben, der dann halt über dem Symbol nochmal angebracht werden soll. Das Ganze schaut dann auch in der Regel, dass dann das Basing so gebaut wird, dass natürlich, dass dann halt die gesamte Breite von dem eigentlichen Symbol und auch dem, was oben drüber steht, nochmal dann an der Stelle eingefügt wird. Muss man dann manchmal ein bisschen vorsichtig sein, wenn man zum Beispiel einen längeren Text dann über einem Gleichheitszeichen stehen hat und das dann in einer Alleinumgebung hat. Dann kann es auch gerne mal vorkommen, dass sich dann dadurch, dass das Ganze natürlich auch zentriert und dann dieses Gleichheitszeichen breiter ist, dann das Gleichheitszeichen entsprechend verschiebt im Vergleich zu den anderen Zeichen. Im Gegenstück sind zum Beispiel auch nochmal Undersets. Ist das gleiche Prinzip, aber diesmal steht das zusätzliche Symbol unten. Hatte ich vorhin, ich habe die Frage schon gesehen, mal ein kleines Beispiel aufgemalt. Das ist zum Beispiel das Zeichen für Werteverlaufsgleichheit, was ich in der technischen Informatik benutzt habe. Also das hier war jetzt der Ausdruck Y ist Werteverlaufsgleich zu Y-Min. Das sind so Beispiele für solche Andersets. Also die sind sehr ähnlich. Ist also einfach nur eine Möglichkeit, so Anmerkungen an Zeichen nochmal dran zu kleben. Okay, vielen Dank. Okay, dann zur nächsten Frage. Wie lange hast du für die Vorbereitung gebraucht? Zum Beispiel die Grundlagen und wie viel Zeit planst du pro Vorlesung für die Vorbereitung ein? Ja, also bei mir war es natürlich ein eher inkrementeller Prozess. Also ich habe mir jetzt vorher vor allem erstmal so die grobe Dokumentstruktur zusammengebaut. Ich hatte da schon ein bisschen Erfahrung, weil ich auch schon während der Schulzeit mal so ein bisschen versucht habe, den Schulstoff zu digitalisieren. Dadurch hatte ich dann auch schon so eine grobe Ahnung, wie das Dokument aussehen soll. Das habe ich dann entsprechend schon vorgearbeitet. Hatte mich dann auch später nochmal darüber informiert, wie man dann entsprechend Klassen und Pakete anfertigt, was man da so alles tun muss. Und dann der Rest, also gerade so diese Erfahrung, dann was ich so für fehlende Symbole brauchte, wie ich dann an meine, an die Dokumentation komme, das ist alles erst während der Vorlesung passiert. Also es kam am Anfang auch sehr oft noch vor, dass ich dann zum Teil dann doch nochmal Sachen per Hand mitschreiben musste, weil ich dann erstmal ein bisschen überfordert war, weil mir halt bestimmte Informationen einfach noch gefehlt haben und ich dann einiges nochmal nachbereiten musste. Also ich habe auch gerade am Anfang sehr viele Teile der Vorlesung erstmal dann nochmal in stundenlanger Arbeit nach der Vorlesung digitalisiert. Das hört sich an, als wäre der Lernprozess doch ein bisschen schmerzhaft gewesen. Ja, es hat aber den Vorteil, also wenn man es einmal ordentlich vorbereitet, dann muss man eigentlich danach nicht mehr wirklich viel für jede einzelne Veranstaltung vorbereiten. Also mittlerweile, wenn ich das einmal ordentlich gemacht habe, kann ich in eine Vorlesung reingehen und stelle spontan fest, ich muss mitschreiben. Dann schreibe ich mir ganz schnell mein Dokumentpräambler hin. Also da kann man ja auch sich einfach einen Ordner so als Template hinmachen, den man schnell hinkopiert und dann geht das einfach. Also es ist wirklich eher was Einmaliges, was man vorbereiten muss. Ja. Okay. Hey, jemand fragt, ob du Beispiele aus einer Vorlesungsmitschrift zeigen könntest. Ist ein bisschen schwierig. Also die Mitschriften, die ich so angefertigt habe, also der Code ist nicht ganz meiner. Also ich habe zwar am Anfang alles selbst geschrieben, aber mittlerweile sind dort auch einige Überarbeitungen von Kommilitoninnen und Kommilitonen mit drin. Die hatte ich jetzt natürlich vor dem Talk jetzt nicht um Erlaubnis gefragt, das Ganze zu eröffentlichen. Deswegen werde ich da jetzt auch nichts weiter verlinken. Also die fertigen Ergebnisse gibt es im Informatiker-Wiki von der TUI-Minar, vom Inoffiziellen. Dort sind ein paar Skripte enthalten. Also vielleicht mal ein paar Leute fragen mit Kontakten, vielleicht findet man es ja. Okay. Die nächste Frage ist, sind deine Pakete und Templates öffentlich? Das geht schon wieder in dieselbe Richtung. Genau, es geht genau in die gleiche Richtung. Also auch da ist nicht komplett mein eigener Code, deswegen habe ich das auch nicht veröffentlicht. Aber im Prinzip, ihr habt ein paar Ausschnitte gesehen in den Vorlesungsfolien. Ich habe auch nochmal im Pre-Talks gestern Handouts hinterlegt. Da sind auch nochmal ein paar größere Beispiele dabei. Es ist nicht viel, es ist nicht viel, was da noch fehlt an Code. Also höchstens nochmal eine Sammlung von ein paar Symbolen, die mir halt so in der Zeit untergelaufen sind. Aber das meiste ist eigentlich ähnlich zu dem, was ich auch von hier in den Vorlesungen, in den Vorlesungen, in den Vortragsfolien gezeigt habe. Ja, von der Mitschrift direkt in die Vorlesung. Von der Mitschrift in die Vorlesung. Genau. Jemand fragt, wie viel bekommst du eigentlich selbst von der Vorlesung mit? Also ich kenne das von mir, das ist wichtig, wenn ich zu schnell mitschreiben muss, dann merke ich mir selber nichts mehr. Dann geht es direkt von der Vorlesung auf den Zettel, aber es bleibt nichts hängen. Hattest du das Problem auch manchmal? Ja, hatte ich auch. Aber dadurch, dass ich halt am Computer, zumindest ich, dann halt schneller war als mit der Hand, hatte ich, ich habe dann doch schon ein bisschen mehr mitgekriegt. Aber gerade wenn ich dann wieder in der Prüfungsvorbereitung nochmal durch das ganze Vorlesungsskript durchgegangen bin, sind mir sehr viele Stellen dann auch aufgefallen, wo ich dann so festgestellt habe, oh, das hatten wir auch in der Vorlesung? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber mitgeschrieben? Ja, also es ist sehr viel, dass eigentlich der Inhalt von der Vorlesung links rein, rechts raus geht. Aber das ist eigentlich normal, wenn man die ganze Zeit mit Mitschreiben beschäftigt ist und nicht wirklich Zeit hat zum Denken. Ja. Okay, und als letzte, oder eine der letzten Fragen ist, welches Tastaturlayer verwendest du eigentlich? Ja, shame on me, ich benutze immer noch Quertz. Ich hatte auch schon mal versucht, auf Neo 2 umzusteigen. Das hat ja durchaus eine deutlich bessere Erreichbarkeit für diese ganzen besonderen Symbole. Im IRC hatten ja auch schon so Leute gesagt, dass er Backslash unter QWERTY, also dem englischen Tastaturlayout, besser erreichbar ist. Das stimmt natürlich. Wie gesagt, ich habe meine Erfahrungen mit Quertz gemacht und ich denke auch mal, die meisten, die an eine Uni kommen, werden standardmäßig mit Quertz arbeiten. Von daher werden auch alle, die am Anfang sich so überlegen, dass sie jetzt eine Vorlesung mal in LaTeX mitschreiben wollen, dieses Problem haben, dass das Backslash nicht gut erreichbar ist. Was ich letztens auch erfahren habe, also es gibt auch noch so Hybridlayouts, weil ich beispielsweise natürlich jetzt nicht meine Geschwindigkeit, die ich bei Quertz mittlerweile erreicht habe, verlieren will. Da gibt es dann zum Beispiel Neo-Quertz, wo man dann erst mal so auf Layer 1 und 2 wie üblich die ganz normalen Buchstabenanordnungen hat, wie man es vom Quertz-Layout kennt. Aber dann noch die zusätzlichen Ebenen mit den speziellen Symbolen, wie man sie dann aus dem Neo-2-Layout kennt. Aber wie gesagt, ich benutze bisher immer noch Quertz. Ich hatte mal versucht, umzusteigen, aber es hat mir am Ende doch mehr Probleme gemacht, so dass ich dann mir nicht nochmal die Mühe aufgenommen habe, meinen Tastatur-Layout zu wechseln. Okay, vielen Dank. Und jetzt würde ich gerne noch eine Frage stellen. Die hatte ich zwar als Backup-Frage aufgeschrieben, aber es interessiert mich trotzdem. Hattest du auch schon andere Textsatz-Systeme in Betracht gezogen, also zum Beispiel Emacs Org-Mode oder irgendwelches auf Markdown-Basis? Ja, also ich hatte schon auch Kommilitonen gesehen, die haben in Markdown mitgeschrieben. Es gibt da auch zum Beispiel Editoren, die dann auch direkt live, wenn man da dann Latex-Matte-Code einfügt, diesen dann auch am Ende rausrendern. Das ist dann so ähnlich, wie man das auch schon von Hedge-Doc kennt, dass man halt auf einer Seite den Code hat, auf der anderen Seite wird das Ganze dann gerendert. Ja, das Problem bei den ganzen Sachen ist halt, dass man im Gegensatz zu reinem Latex nicht wirklich die Möglichkeit hat, sich eigene Makros und so hinzudefinieren. Und ich habe halt wirklich gemerkt, ich habe noch keine Vorlesung gehabt, in der ich mitschreiben musste, in der ich nicht irgendein Symbol nochmal händisch definieren musste oder wo ich nicht irgendeine Definition, die ich mir früher schon mal händisch angelegt habe, benötigt habe. Also es kommt nach meiner Erfahrung nicht wirklich vor, dass man wirklich so mit dem Standardsatz von Latex direkt auskommt. Okay, vielen Dank. Genau, es gibt jetzt noch ein paar Anmerkungen aus dem IR Season gerade aufgetaucht. Jemand bedankt sich für den Talk von mir auch nochmal. Vielen Dank. Ich bin ganz schön verrückt, dass du das gestemmt hast. Und außerdem von unserem Signal Angel könnte er oder sie wird davon auch einiges verwenden in Zukunft. Das ist doch eigentlich das will man doch eigentlich nach so einem Talk. Genau, dann vielen Dank nochmal an Next für den Talk. Und dann geht es auf dem FEM-Kanal jetzt gleich weiter mit den Herald Verkehrsnachrichten über die nächsten Fahrplaneinträge. Um 18 Uhr erzählt Jenny dann etwas über die Netzwerkinfrastruktur, die bei der FEM hier normalerweise betrieben wird. Und um 19 Uhr gibt es dann die nächste richtige C3 News Show. Bis dahin und Tschüss. Ciao.